Hallo Fans, Hallo Fenster, Zeitfenster, herzlich willkommen zu unserer neunten Sendung, in der es um, wer hätte es gedacht, Zeit geht. Ja, Zeit loszulegen würde ich sagen, und zwar mit unserer ersten Reise durch die Epochen. Selbstverständlich heute Abend auch wieder mit dabei meine beiden Kollegen, der Stefan und der Nils Haus. Ja, herzlich willkommen nochmal, auch von eurer Seite. Ich würde sagen, wir reisen jetzt gleich los, heute nach dem Zufallsprinzip. Mal schauen, wohin. Ja, wir wissen es auch noch nicht, wir haben uns hier mal in die Zeitmaschine gesetzt und ich würde sagen, Nils, drücke die Tasten, zieh den Hebel und wir starten. Oh, wo sind wir denn jetzt? Oh, Pferden, geil. Ey, dein ist ja auch nicht schlecht, ein schöner Schimmel, wa? Oh yeah, oh yeah. Ey, das geht ganz schön ab. Das ist ja Black Beauty, ey. Oh, das kratzt aber auch ein bisschen am Hintern, ey, muss ich sagen. Ja, weil du den Sattel vergessen hast. Aber was habt ihr denn auf dem Rücken? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, zieh mal, zieh mal. Das ist ein Pfeil und ein Bogen. Meinst du? Ja, sicher? Oh nein. Habe ich gar nicht gemerkt. Siehst du mal? Pass auf, pass auf, da vorne kommt ein Kaktus. Du musst drüber oder dran vorbei. Links, links, links. Oh ja. Das ist doch die Indianer. Ui, ui. Wo sind wir denn hier? Sag mal, wo sind wir denn hier? Also, es sieht mir ganz stark nach wilder Westen aus, würde ich sagen. Ich würde auch sagen. Hilfe. Wann war das denn? Und diese Hitze, ey, mit dem Reiten, das macht einen echt ganz schön... Da kommt richtig ins Schwitzen hier. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir jetzt irgendwo an irgendeinem Stamm landen oder so was. Ja, 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 ja. Ja, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was jetzt gleich kommt. Also, wenn ich da vorne rüber gucke, da kommt so eine Staubwolke auf uns zu. Oh ja. Meinst du, sind vielleicht noch mehr Indianer? Ich hoffe, wir kommen damit klar. Mit einem unbewohnten Land hier. Ist auf jeden Fall... Wir sind wahrscheinlich in den Territorium eingedrungen, oder nicht? Meinst du? Ja, ich denke schon. Wie sieht das so aus, als wäre hier irgendeine Schlacht zwischen Indianern und der US-Armee oder so was. Guck mal, siehst du da hinten diese Staubwolke? Da hinten kommen sie angeritten. Ja, pass auf, jetzt kommt ein Wortspiel. Ich hau mich weg. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Krass, 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 Ellen. Aber es ist echt schön hier, wa? So komplett schön in die Weite gucken, ist ja Wahnsinn. Ist wie im Film, würde ich fast sagen. Ja. In welchem Film? Irgendein Indianer-Film. Oder Wilder Westen oder so was. Ja, Winnetou. Wann war denn der Wilder Westen eigentlich? Um 1600 rum? Nee. 1700? 18. 18? Ich würde 19 sagen. 19. ist Jahrhundert. 19. ist Jahrhundert. 1800. 1800 irgendwas. Ich habe das Glück auf der Förderschule in Nost-Candy-Schiedsunterricht zu haben. Ja, das hilft dir jetzt natürlich wenig hier, ne? Nee, das ist richtig, ja. Aber was machen wir denn jetzt hier? Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, auf welcher Seite wir stehen. Ach so. Naja. Aber wir sehen gut auf unseren drei Fähren. Ja, wir sehen auf jeden Fall gut aus. Ich habe den Chins zu Fährt auf jeden Fall von allen. Nee, äh, wie heißt denn dein Pferd? Meins heißt Jacqueline. Jacqueline? Ja. Meins heißt, ich, Pferd, wie heißt denn du eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich habe dir ein paar Arme gegeben, das Pferd. Bernd. Meins heißt Schwarzer Blitz, ganz klar. Oh. Meins heißt Black Beauty. Oh, nicht schlecht. Also das ist quasi der Untername. Ja, Furi. 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 Ähm, ja. Ist jemand von euch schon mal vorher geritten, jetzt wo wir jetzt gerade hier? Äh, auf Pferden oder? Ja. Auf Pferden? Ja, auf Pferden einmal, ja. Nie wieder. Dann tut dir bestimmt ganz schön der Arsch weh jetzt, ne? Ja, der ist, nee, der ist auf Häuschen nicht durchtrainiert gewesen. Ich fahre in letzter Zeit viel Fahrrad. Ich glaube, das war eine gute Vorbereitung. Meinst du? Aufs Reiten? Definitiv, ja, ja, ja. Gott sei Dank, du. Aber wir müssen uns jetzt mal kurz, glaube ich, einen Plan machen, wie wir jetzt gleich mit der Situation, wie gesagt, die kommen immer näher. Also, ich bräuchte Wasser. Ich bräuchte echt Wasser. Also, da darfst du mal ein Wasserloch suchen. Nee, wir können auch, was wir machen können, wir können auch einfach den nächsten Kaktus suchen, können den auch schneiden, weil da ist ja auch Wasser drin. Stimmt. Weißt du? Wollen wir das nicht einfach machen? Und dann dazu gibt es noch einen schönen Schlangencocktail oder so. Den können wir machen. Aber ist das nicht sogar, ähm, Halluzinationsfördernd, so wenn man so Kaktus, äh, Milch dringt? Ja, ich hoffe doch. Dagegen muss man dann die Friedenspfeife rauchen. Ja. Dann müssen wir uns noch ein paar Indianer suchen, die mit uns die Friedenspfeife rauchen. Ja, Skype drauf. Also halten wir fest, wir sind auf der Seite der Indianer. Ja, hoffen wir mal, ja. Wir sehen zwar nicht so aus, aber wir sind auf der Seite der Indianer. Wir sind ja quasi die Verfechter der Minderheiten, also müssen wir für die Indianer sein. Natürlich. Ich bin auf jeden Fall pro. Ja. Und Häuptling Rote Schlange, äh, den wickeln wir schon irgendwie um den Finger, also. Vielleicht haben wir ja auch ein paar süße Squaws am Start. Oh ja. Ja, aber da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, äh. So eine schöne Rothaut. Nicht, dass die alle schon versprochen sind, ne? Ja, ja, genau. Und dann stehst du wirklich am Baum. Ja. Naja, lieber am Baum stehen, als ein Baum hängen war, also. Das stimmt. Ja, hast du immer noch Chance rauszukommen, ne? Weinst du? Wenn du am Baum stehst, als wenn du am Baum hängst. Ein Baum hängst. Ein Baum? Oh, ein Baum hängst. Ein Baum hängst. Ähm. Vor einer Sache will ich euch, äh, jetzt, in dieser Zeit, aber auch vor allen anderen wahren. Feuerwasser. Ganz gefährlich. Ich wisst, äh, ich weiß, dass ihr im Jahr 2015 ja auch nicht ganz ohne seid, ja? Ja, also da jetzt bitte die Finger von lassen, ja? Was soll das denn heißen? Aber ich würde es gerne mal probieren. Ich muss ganz ehrlich sein. So ein schickes Feuerwasser aus dem 19. Jahrhundert? Ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit einem Mexikaner aus 2015. Ich würde sagen, das hat aber alle Indianer ausgerottet. Ich glaube, das Feuerwasser hat man eingeschuldet. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Wir können sie ja mal fragen, wenn wir gleich da sind. Aber apropos ausrotten. Also, ich schwitze jetzt, wie gesagt, das ist ja hier echt übel in dieser brütenden Hitze. Mein Pferd wird auch von Minute zu Minute immer dünner. Wollen wir weiter? Oh ja, lass uns bitte mal weiter. Ist ja auch ein bisschen öde hier, so. Die ganze öde Landschaft, nichts gebaut. Lass uns mal gucken. Drück nochmal drauf, wo wir jetzt hinkommen. Ja. Oh, jetzt kommt die Indianer. Ach. Ey, jetzt kommen die aber wirklich nah. Also langsam geht mir die Düse, muss ich sagen. Ja, ich verstecke mich kurz. Kommt ihr mit? Ich glaube, wir müssen untertauchen, oder? Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Gib den Indianern den Land zurück. Ey, da hast du gerade gesehen, wo wir gerade waren. Das war gerade komplett bunt. Was ist denn hier los? Wenn jetzt noch Trommeln kommen. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier? Der klingt so... Epochal. Epochal. Hi. Da.